Was geht ab meine lieben Freunde, Lars hat als Ghostwriter an etlichen Alben deutscher Rapper mitgewirkt und auch an ihrem heutigen Standing in der Szene. Doch wenn es um seine eigene Karriere ging, war er sein größter Saboteur. Zumindest das hat er selbst in einem längeren Statement zugegeben. Sein Statement war extrem selbstreflektierend und untypisch für einen Rapper. Denn Rapper geben gerne anderen die Schuld, aber nicht Lars. Doch wenn wir ehrlich sind, weiß man ziemlich wenig über ihn als Menschen, denn er hält sich oft bedeckt. Seit Jahren gab es keine richtigen Statements und erst recht keine Interviews. Aber in den letzten Tagen bricht er mehr und mehr sein Schweigen. In einer Reihe von Statements schildert er Ängste und Selbstzweifel, die ihn seit seiner EGJ-Zeit begleiten. Selbst jetzt, wo er an Hitsongs und Platz 1-Alben mitwirkt, hat er immer noch mit mentalen Downs zu kämpfen. Nach seinen Statements haben aber viele spekuliert, dass Shindy oder Shirin David verantwortlich sind für seinen mentalen Tief. Deshalb fühlt sich Lars nun genötig mit den Gerüchten aufzuräumen. Der gebürtige Gütersloher konkretisiert seine Aussage noch einmal und betont, dass sein Ausraster nichts mit Shirin David und ihrem Album zu tun gehabt hat. Stattdessen sei es vielmehr so, dass er es Shirin und Shindy zu verdanken habe, überhaupt noch zu rappen. Die beiden scheinen eine wichtige Stütze für Lars zu sein, wenn Ängste und Selbstzweifel ihm die Lust an der Musik rauben. In diesem Sinne bedankt er sich dafür, dass die beiden positiv auf ihn einwirken. Aber schaut euch das Statement selbst an. Oh oh, jetzt habt ihr mich soweit. Jetzt ist es tatsächlich soweit, dass ich das erste Mal, seit ich Instagram nutze, dieses Handy in die Hand nehme und im guten alten Selfie-Modus zu euch rede. Aber seid doch erstmal gegrüßt. Hallo, hallo, mein Name ist Lars, herzlich willkommen hier in meiner Story. Und ich möchte erstmal Danke sagen. Danke für das ganze nette Feedback, was ich gestern auf mein Statement bekommen habe. Es wurden Statements gemacht. Und ja, ich bin sehr, sehr überrascht, dass so viele Leute das Statement geteilt haben und auch scheinbar fühlen können, was ich sage. Und genau deswegen bin ich hier. Lasst uns weiterreden. Es gibt Reaktionen. Es gibt Dinge, über die wir reden müssen. Es gibt Dinge, über die wir reden sollten. Und auch ein paar Dinge, über die ich natürlich gerne reden möchte. Und deswegen bin ich hier. Herzlich willkommen in meiner Instagram-Story. Mein Name ist Lars, als es um ein weiteres Statement von mir ging. In diesem Statement habe ich mich zu meiner mentalen Gesundheit geäußert. Es ging kurz darum, dass ich gesagt habe, dass es bei mir oft Tage gibt, an denen ich am liebsten alles hinschmeißen will, an denen ich das Gefühl habe, dass ich meinen eigenen Ansprüchen nicht gerecht werde und dementsprechend Ausraster bekomme, in denen ich Instagram-Profile, also meine eigenen Lösche, in denen ich mir am liebsten vor den Kopf schlagen möchte und so weiter sehr, sehr viele unschöne Dinge, die aber irgendwie auch dazugehören. Und hiphop.de hat das zum Anlass genommen, einen Beitrag zu machen und ich war ein bisschen verwirrt über die Überschrift und ich würde gerne genau darüber mit euch reden. Und zwar lautet die Überschrift von dem Artikel bei hiphop.de, nach Shirin David Album, Lars wollte seine Karriere beenden. Zunächst einmal zu den Fakten, ja das stimmt, ich wollte wirklich wieder mal meine Karriere beenden und ja, es war auch zu einem Zeitpunkt, als das Shirin Album tatsächlich fertiggestellt war. Bitches brauchen Rap ist also fertig und jetzt könnte man natürlich meinen als unbeteiligter Leser dieses Artikels, oha, wegen dem Shirin Album wollte der Lars seine Karriere beenden. Da hat die Shirin wahrscheinlich mit ihrer zickigen Art den armen Jungen da komplett aus der Bahn geworfen und hat den so lange da therapiert, bis der nichts mehr von Rap hören wollte. Auf dieser Stelle möchte ich die Chance nutzen und einfach mal über dieses wundervolle Album reden. Auch über diese sehr intensive und wundervolle Zusammenarbeit. Wir haben sehr sehr intensiv an diesem Album gearbeitet, an dieser Stelle viele viele Grüße, natürlich erstmal an Shirin, an Taban, an das ganze Team, an Judy, an Young Mash, an Frio, an Anton, an jeden Einzelnen, der uns im Studio besucht hat und uns geholfen hat, dieses krasse Album fertig zu stellen. Und als erstes mal ganz deutlich und vorneweg, nein, mein Ausraster, Leute, entschuldigt diese kurzen Unterbrecher, aber ich bin einfach ein verdammter Amateur, was Instagram anbelangt. Ich gebe mein Bestes und ja, wie gesagt, mein Ausraster in diesem Falle hatte also nichts mit Shirin zu tun, ist eher im Gegenteil. In den letzten Monaten, wenn es Probleme gab, in meinem Kopf, wenn ich wieder mal das Gefühl hatte, ich müsste alles beenden und den Kopf in den Sand stecken, da waren es Menschen wie sie, da waren es Menschen wie auch besonders Shindi, die mir einfach den Rücken gestärkt haben, die einfach gesagt haben, ey, du spinnst gerade, hör auf, beruhig dich, du machst das alles richtig und mach einfach weiter. Und dafür möchte ich mich auf jeden Fall recht herzlich bedanken für diesen Support. Und weil ohne die beiden wäre ich safe jetzt nicht mehr hier und würde rappen, ein Hater würde jetzt natürlich sagen, ja, du hör mal, wenn das da alles so toll läuft mit der Shirin und dem Shindi, warum bist du dann so am Durchdrehen, dir geht es doch besser denn je. Und genau deswegen bin ich hier, um eben all diese Prozesse, die sich hier drin abspielen, eben bevor ihr die Songs hört und bevor ihr die Statements im Internet lest, bevor ihr all diese Lines hört, was spielt sich hier in diesen Köpfen ab, was ist das, was uns dazu bewegt und ich möchte das einfach ein bisschen transparenter machen, damit ihr auch die Möglichkeit habt, vielleicht uns besser zu verstehen. Und wenn ihr Fragen habt, egal was ihr wissen wollt, postet es mir in die DMs, ich werde auf jeden Fall versuchen, ab jetzt auf diese Sachen einzugehen. und ich habe nicht mehr als das hier, ich kann nur meine Sachen öffentlich machen und ich kann darüber reden und ich habe mich jahrelang versteckt hinter mir selber, hinter diversen Problemen und ich bin einfach raus aus dieser Nummer und deswegen rede ich jetzt. Okay, okay, also hiphop.de hat sich direkt gerade gemeldet und hat jetzt auch die Headline bezüglich dieses Artikels geändert und ich denke, es auf jeden Fall zeigt sich hier, dass es immer besser ist, über die Sachen zu reden und nicht wieder den nächsten Beef zu starten. In diesem Sinne nochmal schöne Grüße an hiphop.de. Das gleiche ist gestern passiert, als ich mein Statement bezüglich der IGJ-Situation gepostet habe und zwar hat Farid sich direkt gemeldet, er hat mir schöne Grüße gesendet, Bushido hat mir kurz geschrieben und all diese Sachen sind, denke ich mal, weitaus positiver als das, dass man jetzt wirklich da immer noch auf alten Geschichten rumreitet und immer wieder versucht, alte Kämpfe aufrecht zu erhalten, weil am Ende des Tages, ich hatte nie ein persönliches Problem mit den meisten Leuten, die meisten Sachen waren immer irgendwelche Rap-Geschichten und wir lassen das jetzt da, wo es ist, weil wir haben keine Zeit dafür, wir haben viel, viel wichtigere Dinge zu tun und das ist gute Musik. Nur wer den alten Sound wirklich kennt und auch respektiert, vielleicht sogar aus der Generation Weltführung kommt und den neuen Sound kennt und respektiert, wird auch langfristig Erfolg haben. Die neuen New Wave Leute, die den alten Sound nicht respektieren, davon keine Ahnung haben, werden immer Eintagsfliegen bleiben. Das ist einfach so. Netter Hit für heute, aber es gibt hunderte für euch. Okay. Die Leute aus der alten Zeit, alte Generation, die den neuen Sound nicht respektieren, werden nie einen Fuß in die Tür bekommen. Wir werden sehen, was passiert. Weil MISS!